So spinnst du auf mich? Meinst du da hab ich eine bessere Chance? Zu gewinnen? Ich brauch einen dritten... So jetzt gehen wir auf die rechte Seite, ne? Und dann gehen wir zu Bum Bum Und dann ist der Part fertig, würd ich sagen Was, wenn der Bum Bum zu Ende ist? Wenn der Bum Bum gebummt ist, ja Boah, gebumst Gebumst, gebumst Ich glaub, hier oben ist was und nicht in die Röhre reinnehmen Mann Ja, Leute, ich kann ja auch nichts dafür Doch Ne Da ist nichts Mann, lass mich doch gucken, dann weiß ich wenigstens, dass da nichts ist Muss da nicht gleich so salty werden, hier Oh, warum Hier gibt's nen Yoshi, glaub ich, oder? Da gibt's keinen Yoshi Bei nebenab gibt's hier Oh Was ist das denn für'n schönes Teil? Feuer, Feuer ist das Das war ich, nicht Oh, weil ich hab so Schiss Da oben, da oben kommt man hin Guck mal hier Ich schieb dich, du rennst nämlich nicht, du läufst nämlich nur Ich schiebe durch die Straßen bis nach Mitternacht Ich hab das früher schon nicht gern gemacht Das brauch ich Eigentlich nicht Und das ist Immer wieder dasselbe Aaaaaah Wowowowompatatatata herrung kriegte nicht hochnehmen weil da nichts ist aber die irgendwie konnte man doch hochnehmen hier ist joshi ich kann damit ich kann nicht behalten feuerbrauch einer haben wir ja noch hier sind wir beide noch cool und eine springt gleich runter das war nicht mal mit absicht man ich weiß nicht wie ich den festhalten soll und nebenbei springen soll ja du kannst doch ganz normal springen nein doch einfach spring wie der springknopf drücken auf den knopf wo du springst ja und nebenbei muss ich dir noch festhalten wenn du den festhältst automatisch ist doch genau richtig da oben ist allerdings ich glaube hier gibt es die kürze da oben ist der pfeil das mond 3 won ups der joshi frisst hier war ganz schön du ich habe leider meiner feier ich mag gelbe sachen aber kein urin also ich will den pilz bleib hier so kannst du ein bisschen was sehen achtung achtung der wird groß aufpassen und da ist weg der macht den goomba nach hier unten gibt es eine röhre ich will man ja da kommen wir zurück da und meine röhre kommt man geht durch du dicker luigi ist das nicht niedlich so kleider gäbe ich konnte dass die dass die blumen zur p switch hatte erst erst fressen wir hier die viecher ja erst fressen wir die viecher nein haben alles aber dass du dass wir dadurch nicht eine eisblumen ist das kann ich ja nicht verstehen ja aber dass du es dadurch ja verlierst ist ja auch eigentlich voll voll bekloppt scheiße jetzt bin ich alleine bin ja gleich da bleibt ruhig einfach stehen bleiben bleibt doch ein verstehen so ich gehe rein wir sind ich dafür stehen geblieben naja für die können ich habe mein joshino finde ich gut umso mehr wir davon finden umso weniger level müssen wir wiederholen oder ich war nur wahrscheinlich gar nicht mitspielt ich will ja von alles haben alle coins weil ich glaube dadurch spielzeit alle level also sie ist ja doch alle kannst du dann machen glaube ich was bei den anderen mal immer so dusche verarschen der joshi haut ab ne das steht da an der tür wo ich hab ihn nicht gesehen aber da ist er blind oder wasch er hat ihm gegeben hätten wir zwei hätten wir zwei bekommen hä alter hä ja jetzt dürfen wir nach oben ich will da nicht hin können zurück gehen zurück zurück da erwartet uns nur der tod trubel im tor komm ich was dir machen muss pass mal auf erwarte nicht noch nicht mehr ich sag noch nicht und du drückst auf jetzt genau also hier musste halt drauf gehen genau da musste halt das gute ist ja dass wir zu zweit sind das tut mir echt leid diese rätsel werden für uns kein problem sein denn wir sind schlau oder sind wir das du nicht schade ich dachte achtung die fallen von der decke oder nicht die nicht der pilz er haut ab vor die hier weil nun wenn du nicht schaffst doch zu kommen drückt er ich hab dir gesagt drückt er zack der ist weg ich schreibe doch nicht so ja jetzt muss ich erst wieder runter ich muss erst wieder runter ja noch nicht drehen 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 jetzt kannst du anfangen zu drehen er ist los dass los das muss loslassen so ok nein lass doch nee du musst jetzt hoch hol den pilz schnapp dir den pilz du knillst na was war das jetzt für eine aktion au ach ja 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 ich bin auf dein deck gesprungen schmeiß mich nicht wieder ab der ist gestorben würde ich sagen nein dreck ah kacke so was was macht es uns frei hier oben hier oben die coins auf jeden fall Halt mal, halt mal, halt mal, genau So, okay Warte mal Warte, warte, warte Ah, lass doch nicht So, was passiert hier? Guck mal hier, die Eisblume schenke ich dir Warte, da musst du erst mal da rüberkommen Das ist ja easy, einfach rüberlaufen Guck mal, guck mal Wenn du so springst, du musst natürlich rennen Rennen und springen So, die müsste noch da sein Du musst rennen und springen Und tschüss, weg esse Oh, ich hab Minzen gesagt Ja, warum du nicht wartest, bis die Affen weg sind Das sind keine Affen, das sind Schmärnschweinchen Wie kommt man da hin? Warte mal, ist hier Also irgendwas ist hier, irgendein Secret Und zwar, genau Oder, warte mal, warte mal Nein, warte, noch nicht Mann, der Mach dich das Wow Aber wo ist die letzte Wo ist die letzte Keun? Bestimmt hinter den Hinter dem Skelett So Da ist auch nix Was auf der Seite geht einfach nix Oh, du bist reingekommen Was für ein Skiller du bist Sind die größer Oder werde ich mir das noch ein? Nein, der ist wirklich größer Ich töte ihn Wann stirbt denn nicht? Weil er schummelt Halt mal so Halt mal so Halt mal so Haha Nee Ich weiß nicht Das ist Lalalalalala Oh, Blutze Ich hab was gefunden Er drückt mal Tu mal auf Da kommt ja schon mal was Das geht nicht Doch, musst du so hüpfen Nein So hüpfen Ja, wie denn? Genau Ein Mann natürlich nur Und jetzt musst du drehen Bleib doch mal einfach stehen Du kommst dadurch nicht hoch Du musst dann ganz kurz drücken Genau Jetzt drehen Boah, ich bin mit mir Mein Gott, ist ja geil Ich mach ne Pirouette Yeah, ne Pirouette Hast du's, Opa? Der Maul Ey, ey Du bist ja wie Sana, ey Oh, Doppel-Sana hier So Verlässt du mich wenigstens in Ruhe Und lass mich als erstes rein Ha Boah, ich dachte grad Mann, geh weg da Das ist meine Aufgabe Oh So, ah Eine Münze fehlt noch Ich wette, die ist hier noch irgendwo Wenn wir da unten Oder hier Lass mal los Lass mal los Lass mal los Ich will da unten noch gucken Ob da was ist Jetzt kannst du weiter drehen Wenn du möchtest Boah, einen haben wir getötet Lol Also hier ist die schon mal nicht Die wird wohl nicht da drin sein, oder? Du musst natürlich zuerst auf den rauf springen Da ist nichts Guck mal, hier kannst du rauf Naja, wir können ja gucken 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 Schadet doch nix Hä Nein Bin ja schon mitgekommen Erschreckt Aber wie Da war was Ja, da waren wir schon Was kommt zu deiner Krone Einfach R drücken, genau Und jetzt R drücken, R drücken, R drücken, R drücken Schau, bist du hier Ich kann die eh nicht nehmen Mann Pfff Mann Die Blöcke triggern dich Die Blöcke triggern dich Mann, ich wollte Lass mal los Wie hoch wir gekommen sind einfach Wie hoch ich gekommen bin, meinst du wohl Ich will keine Nein Warum nimmst du die denn dann auch auf? Nein Oh, nein, nein, nein Du musst da Drück R, drück R, drück R Zu spät Ich sagte doch, drück R Du musst Nee, nicht Wenn ich sage, drück R Das ist R Und das ist ZR Musstet ihr merken So, wir haben jetzt nur noch 90 Sekunden Da war die schon mal nicht Hier ist eine Röhre Kein Wunder, warum wir nur noch 90 Sekunden haben Tut mir leid Ich warte mal Du musst mal kurz aufhören Weitermachen Weitermachen Jetzt weitermachen Genau, jetzt einfach weitermachen Dann müsste Nee, du musst loslassen Und wenn einer rauf fällt, musst du weit Musst du machen So, jetzt Nee, warte Du musst erst warten, bis der hinten an die Wand stößt Und jetzt 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 Genau Jetzt nicht mehr Jetzt nicht mehr So, jetzt kannst du durch die Röhre gehen Was geht durch die Röhre Wir haben noch 30 Sekunden für den Endboss 40 Sekunden 40 Sekunden 40 Sekunden 40 Sekunden für den Endboss Schaff mal Los, komm Hoch, 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 hoch Ey, was Warum Warum knutsch Kuschelst du mit denen Ah, du musst hier Dingsen Genau Geh hoch Ich mach mich dann Ja Äh, ich komm nicht hoch Sonst Geh rauf da Wie denn Na da Ach, dann links Ah, der Wollschirmt nicht jetzt Wollschirmt Ah, es ist eh vorbei Jetzt ist eh vorbei Bam, bam Wir wissen aber, dass wir in die gelbe Röhre nicht rein müssen Ja Haben wir die Flagge berührt? Natürlich Wir haben es rausgeschmissen, der Arsch Und wir gehen wieder rein Ja Weil wir da drin sein wollen Also durch die gelbe brauchen wir nicht gehen Ja, dann geh da nicht rein Obwohl doch, wir können hier abkürzen Willst du mich eigentlich komplett fassen? Nein Nein Wir können hier abkürzen Wir wissen ja, wo die letzte ist Das brauchen wir aber So Was denn? Tut mir leid Das war nicht mit Absicht Ah Ah, wo bin ich? Hä? Wie geht denn das nun? Ach, Bein Ich hab's jetzt Also du musst beide drücken Du musst L und R gleichzeitig drücken No Kannst loslassen? Mal drück L und R Drück L und R gleichzeitig Genau Tschüss mit dir So Geh mal hier durch Nein Na doch, du hast die letzte Münze Die holen wir uns Wir haben jetzt fünf Minuten Mehr als fünf Minuten Du weißt du jetzt, wie es funktioniert Ja, warte, lass dir ja unten erstmal alle weg So, jetzt Nochmal dreh, 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 dreh Zu spät Nein Doch Der hat mich ja getroffen Jetzt brauchst du nicht mehr drehen Oh, weg hier, dreh, dreh Hast du keinen Spaß? Ich hab Spaß Ich weiß jetzt übrigens, wo ich hin muss Ja So Kannst loslassen Ich wusste eben nicht, wo ich drauf sollte Ich wollte immer auf den links da oben Aber es ging ja leider nicht So Von mir aus Was war das für eine Aktion? Ich bin getotet Getotet Gestorben Ey Madame Ich bin I'm not No, Madame Soll ich drehen? Ne, warte Mann, mach doch mal Volljump Ja, warum machst du das denn? Ich hatte alles unter Kontrolle Bis du mich getötet hast Ich will dir nicht helfen Scheiße So, dreh ein bisschen Es reicht, wenn du ein bisschen drehst Das kannst du ja gar nicht alleine schaffen Oder gibt es hier Oder gibt es hier ein Dings Eine Ruhe Dass du rein kannst Dreh mal Ah, okay Du musst drehen Und dann musst du so machen Bist du oben? Ja Willst du das haben? Ja Du musst mir aber hochhelfen Oh, dreck Nimm du das Okay Gönn dir wenigstens noch den Pilz Rennen 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 Und Wenn du auf den Wenn du auf den rauf gehst Musst du genau Wenn du auf ihn bist A gedrückt halten Mann Du kommst Du musst hier herkommen So What are you doing there? Der bleibt ja noch ein bisschen da War Ja, der bleibt so lange Bis sie ihn allein sammelt So Komm einfach hier drüben hin So, jetzt bleibst du da stehen Ich geh rein Tschüss Und dann komm halt wieder her Wollte ich eigentlich aus dem Kampf rauslassen Wusstest du das eigentlich? Nein Oh oh Macht ihn da Magic Ich mag das eigentlich Ich Daran Habe ich eine richtig schlechte Kindheitserinnerung Wie ich immer Bosa Junior nicht besiegen konnte Der Oh Der Riesengroß war Wenn er auf dem Panzer ist Kannst du ihn nicht Oh shit Sagen einfach Ich hab den besiegt Ne Also eigentlich hast du nicht du ihn besiegt Ich hab ihn auch nicht besiegt Luigi hat ihn besiegt Haha Das sieht scheiße aus Was? Das Ding Oh die Musik ist kacke Das ist gar keine Musik Gar keine Musik da Ah meister ich hab verkackt Das schloss verzaubern Spinnt der oder was? Der verlegt das Hm Der hat da wohl Wingardium Leviosa gemacht Aha Wingardium Leviosa Stop it Ron Stop Oh Wingardium Leviosa Oder was? So Aber an der Stelle würde ich jetzt sagen Sind wir raus Ich wünsche euch was Ciao Bis zum nächsten Part Lach doch mal Lach ich doch Red doch nicht wie LAN alter Wer denn? Hast du Bock auf eine LAN Party? Hä? TILAN Meinst du die? Ja Oh die ist so scheiße Die macht ja noch mehr scheiße von Game Master als Trager Du weißt du ich dir ein Geheimnis verraten? Das ist fake Stell mal ihre Videos auf doppelte Geschwindigkeit und dann redet sie nochmal Ich glaube auf 1,775 oder so Dann redet sie nochmal So Aber wir sind jetzt weg Ciao Du musst dir mal den Diss Track anhören Okay den kenne ich noch nicht Mach ich Tschüss Tschüss Leute Ciao Ja jetzt wird geprüft Scheiße Lachen Musik